Hey Leute, herzlich willkommen. Ich schaue jetzt noch ein Video an und das Video heißt, das Video soll befrieden sein. Es ist ein befriedliches Video. Na, wenn wir mal sehen, dass das Video befrieden ist. Ich bestimme, dass ich schon ein befriedendes Video. Also, wenn ihr jetzt auch so abfeiert, befrieden wir jetzt dieses Video. Ich könnte es immer öfters mal hochmerken. Befrieden wir jetzt dieses Video. Also, befriedenen. Also, Leute, wenn ihr mehr davon haben wollt, befrieden wir jetzt dieses Video. Dann geht mir doch gerne, ihr wollt den Daumen nach oben. Dann mach ich noch mehr auf schon ein bisschen hier das Video. Dann geht das. Okay, ein bisschen kann man davon noch antworten. Aber es gibt es halt schon lang. Naja. Okay. Oh, das sieht aber geil aus. Oh, wie süß. Na, wie du jetzt mal bist. Und ich glaube, das sieht. Kannst du dich immer anziehen? Nein, du kannst noch Katzen zeichnen. Oh, okay. Oh, okay. Nicht schlecht, boah. Was wäre das? Es wird auseinander. Was ist das? Äh, alle müssen lösen auseinander. Oh. Oh, mein Gott. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Eine Überraschung. bereich so weit vom dauer und also es kommt ein plötzlich werfen zu boh und ich schaue mir noch an noch ein bisschen ort ein also das ist ein vor das ist ein sei es das ist das nicht das richtig denn und ich glaube ich fahre noch das schon anders an und dann höre ich auf mit dem friedlichen Video und das können wir sauber richtig befriedigend sein aber so was zu machen und das ist aber das ist das letzte Video jetzt warte mal bis das fertig ist und dann hören wir dann auf ok ok reingeholt ok das war's also haut rein und schau bis bis deine peace out und schau bis jetzt das nächste Video weiter machen bis gehen wir dann rein und schauen Und dann wird das nächste Video mehr mit machen bis quälen wieder rein und schau und dann auf der anderen Seite